Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Freitag hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder zurück, bin noch etwas fertig, komme gerade von der Prüfung, von der Prüfungsphase. Aber nichtsdestotrotz, uns hält es nicht auf, heute ein Portfolio anzuschauen. Ja, ich habe es euch natürlich auch versprochen. Es geht um ein 10.000 Euro Portfolio. Wir hatten in letzter Zeit immer 27.000 Euro Portfolios, 75.000 Euro Portfolios und sogar bis hin zu 200.000 Euro Portfolios. Deswegen dachte ich mir, warum schauen wir uns nicht mein Portfolio an, was etwas geringer ist vom Wert, also vom aktuellen Marktwert im Bärenmarkt. Schauen uns an, wie viel Potenzial ist da denn noch zu holen. Und es wird eine sehr interessante Runde, deswegen würde ich auch gleich mal sagen, wir starten rein in die allererste Folie nach dem Disclaimer. Ja, wie wir sehen, tatsächlich, ich habe auch die letzten vier Tage kein Video hochgeladen. Das lag dran, weil ich in der Prüfungsphase war. Ich denke, man sieht es mir noch an. Ich bin sehr, sehr kaputt. Heute an der Reihe das 10.000 Euro Portfolio. Und ich kann gleich mal vorweg sagen, das ist ein Portfolio, was wahrscheinlich die meisten so nicht nachbauen würden, okay? Aber erstmal zur Person. 25 Jahre alt, VW-Verkäufer, Mitte 2021 ins Krypto-Game eingestiegen. Leider hatte man da noch keine Ahnung, hat sich querbeet durch irgendwas durchgekauft. Hat circa 40k reingesteckt. Das heißt, wir haben eine 75-prozentige Abwertung des Portfolios. Ich würde aber sagen, wir fokussieren uns nicht auf die 40.000, sondern wir fokussieren uns darauf, was ist denn jetzt noch zu holen. Ja, leider mit den meisten Coins auch erst im Bullrun eingestiegen. Ich sage mal so, man lernt aus Fehlern. Man wird so einen Fehler nicht noch einmal im Bullrun begehen. Fehler, die Schmerzen, die helfen dann im Endeffekt auch, bessere Entscheidungen zu treffen. Von daher, sie ist eher positiv, macht ihr da keinen Kopf. Wir schauen uns an, was wir hier mit dem Portfolio rausholen können. Das Ziel ist interessant, finde ich. Ja, man möchte die 40k erstmal wieder rausbekommen, damit man neue Coins investieren kann. Das impliziert, dass man auch die Coins etwas wechseln möchte. Wir haben neun Kryptowährungen. Okay, wir haben 40.000 investiert. Neun Kryptowährungen, da ist es okay. Für ein Portfolio, was 10.000 Euro wert ist, aber sind neun Kryptowährungen meiner Meinung nach etwas zu viel. Da kommen wir aber auch gleich mal zum Portfolio, würde ich sagen. Und zwar meinte ich neun Kryptowährungen und Number One, Veracity, 720.000 Token davon. Das macht einen Gegenwert von 4.000 Euro zum aktuellen Zeitpunkt aus. Das heißt, wir können sagen, wir haben 40% in Veracity. Ganz interessant zu sehen, eine Kryptowährung, die 62 Millionen Market Cap hat. Das heißt, wirklich noch sehr niedrig ist. Veracity auch besonders im Gaming-Sektor vertreten. Eigener E-Sports-Bereich, also die Streaming-Plattform, macht mehr oder weniger Konkurrenz zu Twitch. Das ist eben auch der Make-and-Break-Punkt für Veracity hier in dem Fall. Die Kryptowährung habe ich auch sehr, sehr oft schon thematisiert. Da kann ich euch auch gerne im Playlist hier oben verlinken. Ich würde sagen, wir gehen zur weiteren Kryptowährung. Und uns fällt schon mal auf, wir haben kein Bitcoin und kein Ethereum. Die nächste Kryptowährung ist Cardano ADA. Und das bedeutet, wir haben ca. 3.000 Euro in Cardano drin. Cardano muss ich eigentlich nicht sonderlich viel erklären. Dann Layer 1 nach Ethereum, somit die bekannteste, würde ich sagen. Auch besonders durch Charles Hoskinson beispielsweise. Bei jedem eigentlich irgendwo ein Begriff. Jeder, der Krypto kennt, kennt Cardano. Gehen wir weiter zu Quant. Ja, dem Community-Liebling eigentlich in ganz Deutschland. Gefühlt Quant hier die Nummer 1. Zehn Stück. Macht einen derzeitigen Wert von 1.150 Euro aus. Also ungefähr 10%. Im Bereich der Interoperabilität. Starke Kryptowährung kann man nicht viel dazu sagen. Auch eigentlich der King in dem Gebiet. Dann gehen wir weiter zu Solana. Das heißt, hier wurde nicht entweder oder gewählt, sondern Cardano und Solana. Solana etwas niedriger gewichtet mit nur 500 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt. Hatte in letzter Zeit sehr, sehr viele negative Schlagzeilen. Konnte sich aber da doch ganz gut erholen. Konos, also Crow, auch eine Kryptowährung, die sehr stark abgestraft wurde. Gehört natürlich zur bekannten Kryptobörse, Krypto.com. Das heißt, hier investiert man in Börsen immerhin auch 762 Euro mit drin. VeChain, ein weiterer Fan-Favorite. Sind ganze 500 Euro mit im Portfolio mit drin. Meiner Meinung nach eine sehr sichere Kryptowährung. Eigentlich auch jeder, der sich mit Krypto auseinandergesetzt hat, wird früher oder später von VeChain hören. Besonders im Bereich vom Lieferkettenmanagement. Sehr, sehr interessant. Hat aber natürlich auch sein Spektrum etwas erweitert. Dann kommen wir zum Nervous Network. Eine Kryptowährung, die momentan auch wieder mehr im Hype ist, muss man sagen. Da haben wir 83.000 Stück. Und das sind ganze 377 Euro. Und hier sehen wir schon, okay, ab jetzt haben wir nicht mehr viel Prozentual mit drin. Und auch nicht mehr viel Geld mit drin. Aber dazu komme ich natürlich auch später. Würde ich sagen, haken wir die anderen Kryptowährungen ab. Casper, eine Layer 1, die extrem nahe am Boden ist. Haben wir 8.000 Stück. Das sind ca. 280 Euro in Casper mit drin. Würde ich eher sagen, ist ein Nischenpick. Ist eine interessante Kryptowährung. Layer 1. Und Cotty mit 1.200 Stück, was ganze 88 Euro sind. Für diejenigen, die Cotty nicht kennen, das möchte ein universelles Zahlungssystem bieten. Das heißt, ähnlich wie Ripple kann man sich das vorstellen. Aber es ist auf einer DAG aufgebaut. Und hat eine gewisse Korrelation, kann man sagen. Ja, beziehungsweise einen gewissen Zusammenhang mit Cardano. Und zwar soll Cotty hier nämlich der offizielle Herausgeber sein von D-Jet. Also von dem Stablecoin von Cardano. Und somit wären wir schon am Ende des Portfolios angelangt. Und ich würde sagen, wir gehen zur Bewertung. Über Anzahl der Kryptowährungen meinte ich schon. Es sind für 40.000 Invest, sind 9 Stück vollkommen okay. Für 10.000 Euro Portfolio Wert finde ich das etwas zu viel. Gut, wir wissen, es wurden viele Kryptowährungen abgestraft. Aber da sind wir uns, denke ich mal, einig. Selbst wenn Cotty einmal 10 hinlegt, dann hätten wir 888 Euro ca. mit drin. Im Bullrun ist es dann auch nicht mehr so viel. Deswegen hätte ich persönlich diese Kryptowährung neu sortiert. Etwas weniger genommen. Wir wissen aber auch anhand seines Ziels, er möchte auch in weitere neue Kryptowährungen investieren. Das heißt, ich würde jetzt auch keine Kryptowährung extrem tief im Minus verkaufen. Lieber jetzt nochmal ordentliche Kryptowährungen nachlegen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und zu verstehen. Denn ich denke mal, wenn er das Geld neu anlegen könnte, dann würde er es, denke ich mal, nicht so lassen, wie es jetzt gerade ist. Dann kommen wir zur Gewichtung. An sich muss ich sagen, die Gewichtung wäre okay. Ich finde bei Veracity, das ist keine Kryptowährung, wo ich sage, die ist übertrieben sicher. Die hat ein extremes Anstiegspotenzial, aber eben doch einige Risiken. Das habe ich, wie gesagt, auch schon sehr, sehr oft thematisiert, diese Kryptowährung. Deswegen sehe ich diese Kryptowährung eher als ein höherer Risk-Kauf mit extrem viel Potenzial. Deswegen würde ich sie aber nicht an erster Stelle ordnen und auch nicht mit 40% Gewichten. Zweite Kryptowährung, Cardano. Ist eine gesichere Kryptowährung, keine Frage. Ich persönlich hätte da aber lieber in Bitcoin investiert, muss ich da auch ganz ehrlich sagen, um dem Portfolio einfach eine gewisse Sicherheit zu geben. Denn selbst wenn man im Bullrun Bitcoin eingekauft hat, zu überteuerten Preisen, dann hat man dennoch eine größere Sicherheit. Ansonsten finde ich die Gewichtung von den Kryptowährungen gut, wo du ungefähr so 800 Euro mit drin hast. Da kann man sagen, 8%, hey, da macht das tatsächlich auch was aus. Denn wie gesagt, wenn wir bei Casper beispielsweise ein 10x machen, dann ist es cool. Bei Coti ein 10x machen, dann ist es cool. Wir haben immer noch ordentlich Geld rausbekommen. Aber man wird sich ärgern und sagen, Mist, warum habe ich denn damals nicht mehr investiert? Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall, wenn wir auch im Bereich der Änderungen sprechen, ja. Ich persönlich bin, wie ich schon sagte, kein Freund davon, Kryptowährungen zu verkaufen im Minus, wenn man die eben damals mal eingekauft hat. Lieber bis zum nächsten Bullrun hodeln und dann abstoßen meinetwegen und sich jetzt vielleicht auch etwas umorientieren, okay. Einige fundamentale gute Kryptowährungen sind da. Quant kann man auf jeden Fall nicht meckern. Veracity, wie gesagt, hätte ich etwas niedriger gewichtet. Auf jeden Fall so 5-10% im Portfolio, das reicht. Casper ist eine innovative neue Kryptowährung, die noch keinen wirklichen Bullrun gesehen hat. Deswegen finde ich die persönlich auch interessant von dem Portfolio. Nervous Network ist ebenfalls interessant. Coti, besonders da es auch in Verbindung ist mit Cardano, auch nicht uninteressant. Solana persönlich, ich würde sagen, entweder Cardano oder Solana. Solana bin ich auch kein großer Freund von, hat zu viele Abstürze gehabt, zu viel Risiko, zu viele Probleme. Und das war halt eben die innovative neue Layer 1 vom letzten Bullrun. Meiner Meinung nach werden da auf jeden Fall andere Kryptowährungen, andere Layer 1s besser performen als Solana. Wir haben ein deutlich höheres Anschichtspotenzial mit Kryptowährungen wie Casper mit C, wie Casper mit K oder Aleph Zero beispielsweise. Kronos kann man machen, meiner Meinung nach. Aber ja, ein Kryptoportfolio, was sehr, sehr kontrovers ist. Ich kann aber auch verstehen, viele Kryptowährungen eben auch im Bullrun eingekauft. Das sieht man natürlich auch. Ich denke aber trotzdem, du wirst dein Geld locker wieder rausholen, weil du eigentlich auch Dollar-Cost-Average hast nach unten. Und die Kryptowährungen werden, denke ich mal, auch nochmal einen schönen Run sehen. Zumindest einige davon. Und wenn du jetzt noch ordentlich weiter investierst und eben jetzt noch Geld hast zu den aktuellen Marktkonditionen, dann wirst du auch gute Gewinne einfahren. Aber wähle nicht zu viele Kryptowährungen, weil sonst verlierst du dich irgendwann und kannst kein Research mehr machen. Ich glaube aber auch, dass mehr als ein 4x bei dem Portfolio möglich ist. Also da musst du dir auch keine Sorgen machen. Und den nächsten Bernmarkt kannst du dann deutlich besser nutzen und den übernächsten Bullrunner noch deutlich besser profitieren von. Ansonsten ist hier keine Kryptowährung, wo ich sage, die ist extrem Müll. Wir haben hier keine Meme-Coins drin. Das ist auch gut zu sagen. Und wenn ihr dennoch Interesse habt an diversen Kryptowährungen wie Veracity beispielsweise, Cardano, Quant, Kronos, VeChain, Nervous Network, Casper beispielsweise, dann ist für mich hier die Wahl bei Maxi. Maxi, meine Partnerbörse des Vertrauens, kann man sagen. Warum? Weil wir eben diese Small-Cap-Gems hier kaufen können. Bei Binance beispielsweise, meine andere Börse, die ich benutze, nicht jede einzelne Kryptowährung mit drin hat. Aber ich dennoch nicht auf 10 verschiedene Börsen zurückgreifen möchte. Und da meine Kryptowährung Nummer 1 kaufen möchte, da meine Kryptowährung Nummer 2. Wenn, dann möchte ich eine Börse, die mir so gut wie alle Kryptowährungen bietet, die aber auch interessant sind, die eben frisch sind, die für den Bullrun sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringen. Und genau deswegen natürlich auch Maxi hier meine Wahl. Und mit dem Link in meiner Beschreibung supportest du mich erstens und bekommst natürlich auch nochmal 10% der Gebühren lebenslang gespart. Und wenn du KYC abschließt, nochmal 50 US-Dollar on top. Ansonsten freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück und ihr könnt jetzt ordentliche Videos von mir erwarten. Ich werde viel Content bringen. Die Prüfungsphase ist vorbei. Ich denke mal, ihr seht es mir an. Ich habe die letzte Zeit bis hin um 5, um 6 gearbeitet, an meiner Prüfung sonst was für Formate erstellt, wenig Schlaf gehabt, Kopfschmerzen, ungesunde Ernährung tatsächlich auch, ungesunder Lebensstil und das wird sich jetzt wieder verbessern. Jetzt kann ich mich endlich wieder auf die Videos fokussieren. Ich freue mich und ich würde auch schon sagen, das war es mit dem Video. Bewertet gerne mal das Portfolio, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Könnt ihr das nachvollziehen, dass die Kryptowährungen so gewählt wurden? War im Endeffekt der erste Bullrun. Ich denke mal, kann man verzeihen und wäre auch interessant zu sehen, wie die Kryptowährungen neu anordnen würde. Ansonsten würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus und bis dahin. Peace out.